Liebe Klemmfurzer, wir hatten es neulich vom Klemmfurzen. Also die Fürze zurückzuhalten, das ist ganz, ganz ungesund. Das zerreißt euch nämlich innerlich, das ganze Wurzelchakra haut es durcheinander, den Solaplexus auch noch mit rein. Also da geht alles durcheinander in eurem Körper. Also ihr müsst die Fürze rauslassen. Ich habe auch gerade eine auf der Pfanne, ich mache es euch mal vor. Lieber Scholli, du, das ist befreit. Oh Gott, oh, oh, da war mal Land dabei. Ei, 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 da war mal Land dabei. Oh, oh, jetzt habe ich den Kackstift in der Hose. Ei, 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 ei. Norman, kannst du mir gerade mal, ach du Scheiße, mir läuft es schon zu den Hosenbeinen unten raus. Kannst du mir gerade mal irgendwas besorgen hier, einen Lappen oder sowas? Oh, ich habe ja, ah, ich habe mich jetzt eingestuhlt. Mmh, 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 mmh